Ringe, Ringe, Reihe, wenn er fällt, ein Scheider. Hält er auf den Boden, klemmt er nicht die Hoden. Fällt er in den Dreck? Mal ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß, wer hat euch eingestellt? Sieh her, Rainer. Äh, sieh her. Nee, das ganz schön. Sie sind der kompetentesten Glieder der Welt. Aber gleichzeitig. Gehen sie weg. Sie sind halt so muskulös, haben sie trainiert? Verfolg den. Die macht sich gleich mal unsichtbar hier, die können doch mal gut sein. Verfolg den. Äh, das Hektar bleibt ja trotzdem. Springt ihm mal. Hahaha. Wir haben sie ganz doll lieb. So. Geht los? Ich hoffe auf beide. Ja, der Nuri ist ausgetimt. Blöp. 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 Äh, die Leute sind gleich da. Blöp. Wir haben... Pforte, wir haben schnell, Pforte, wir haben schnell, schnell. Oh Gott. Hahaha. Hahaha.